Leute, ich habe gerade ein Lamborghini von meinen Eltern geschenkt bekommen. Als ob dir das jemand glaubt, als ob du stark genug bist. Ah, wohl, nee, das war dann... Junge! Was ist das für Scheiße, Marc? Effe, was ist das? Hast du mit den vier Mikros angeschlossen und laberst unsere Sätze nach und mit Stimmpferzerer, oder was? Was soll... was soll... was soll... Das ist ein Scheißbutt. Lass... 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 lass doch Schwänze machen. Ey, der Boot. Ja, easy. Der Boot, ne? Der Boot geht einfach rein. Kommt da rein. Kommt da rein. Kommt da rein. Kommt da rein. Lobby. Jesus. Er sucht die Lobby. Nicht. Kommst du halt rein. Ich muss nichts machen. Nein. Die Bolli tut jetzt kommt. Ich... 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 Er rief. Warte. Ich... Ich komm nochmal neu rein. Achso. Ich... 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 Was ist das? Was ist das? Stop! Nein, ich kreis. Ich kreis. Nein, wovon wir! Reise auf das Wasser! Mein Mütterge! Alter Junge... Die 78-Jährige! Die 74-Jährige! Bist du das überhaupt? Ich hab von zwei gedrückt. Bist du das überhaupt? Ja. Bist du das? Bist du das echt nicht? Gernot. Hi. Hi. Was? Alter? Alter. Lug dich auf! Was? Eh? Wieso? Warte? Bist du das überhaupt? Ja. Ich schreibe erst und da kommt Moe hin. Hey, hier ist einer mit Eisenstaff, den man hitten kann. Die kann man töten, hä? Lol, der Fliegt hier, man kann den töten. Der verhungert. Hä? Hä? Wollt schon wieder die Dänze hier liegen und sterben? Gleich. Gleich. Nichts passiert, einfach ignoriere. Wasserquille? Wasserquille, Daniel, das hier. Was? Hell's up! Heal'n Bug! Ja, Heal'n Bug! Heal'n Bug! Ja, komm doch. Was hab ich gemacht, Mann? War das laut? Was hast du gemacht? Ja, okay. I just came to home. Ops. Was machst du denn? Wow. Ich muss dich laut sein zu stellen, Mann. Mann! Wieso denn das jetzt? Lautstärke an? Die hatten wir auch schon. Komm hoch, hoch, Daniel, hoch! Daniel, schnell! Oh fuck! Ich hab die weggeschossen! Ja, ja, ja! Okay, klar, 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 easy! Pass auf! Oh nein, oh nein! Punch 2 ist echt! Fuck! Okay, komm! Oh nein! Fuck, okay, ich muss alleine. Komm, schau auf! TNT! Hä? Ja, du! Das ist ja grad komisch aus! Du warst da immer plötzlich, das hast du gehört, oder? Was passiert? Hä? 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 War das nicht der Hacker? Der hat sich ne Wand gebaut. Wie smiled dann nicht so들이! Tr Message ein Lecter da, endlich! Der kommt! Der kommt! Ausgetricksen, uh, noch nicht, Komm, Wupp ... Uh, ins seine Tag! Uh, Ausgetricksen, uh nicht, Komm... Wo ist meine Pfeil? Ah. 50 Sekunden Urlaub nicht. Hätte ich Legge. Ja, hier. Guck, gestern. Alter. Hä? Wie bist du jetzt gestorben? Richtig. Wen? Guck. Schau, weh. Haut geht. Warte. Oh. 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 Fuck, mein Bogen, Alter. Ah, ich hab kein Wasser. Oh. Oh. Mein Bogen ist rausgepackt. Oh. Ich hab kein Wasser. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ich bin ein Player. Ey, so lächelig. Ich guck jetzt. Ich hab kein Wasser. Ich hab kein Wasser. Hä? Ich hab kein Wasser. Oh. Oh. Wie sah das bei dir aus? Guck, guck und drückt hab. Ich hab schon überstauend gebraucht. Kennst du das? Ich kann nicht schauen. Ja, ach. Du nimmst Amboss, nimmst noch Amboss, nimmst noch Amboss. Das ist ein Scheißausfall. Amboss, 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 Amboss. Dann machst du Amboss. Amboss. Amboss, du Hurensohn. Amboss, du Hurensohn hab ich gesagt. Ja, egal, aber geplant, dann nehmen wir schon. Dann machst du Holz, Druckplatte, TNT. Nee, das ist kein TNT. TNT, 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 Holz, Druckplatte. Dann gehst du hier drauf, dann hast du eine TNT-Kanone. Guck. Was ist das? Was? Okay, warte. Da kann ja keine Elmets platzieren. Ja, genau, ich bugge. Ich muss aufs Karten gleich. Wieso? Wie lange? Okay, jetzt schon. Wie lange? Wie lange? Ach, wegen dem Wasser verschüttet. Ja, eine Minute. Ach, wegen dem Wasser verschüttet. Ja, verschüttet halt. Hä? Okay. Ich kann nicht zwei Finger aus meiner Maus legen. Ja, da töte ich Holz. Ich bin jetzt schüttet. Hä? Hä, wie lebst du noch? Ähm. Wir haben hier ein, ähm, ähm, Museumsstück nenne ich das. Prinzess New, also ich hab jetzt New gefangen. Sie kann ihre Victor nicht benutzen, weil sie nicht Lucy ist. Und ja, ich hab sie jetzt gefangen. Da ist ihre Unterhose. Ich kann sie irgendwie noch schlagen, weil ja, die mag das so. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, was die Gegner da machen. Es ist wirklich Zeitvertreib, ganz ehrlich. Ich fange hier meine Mädchen ein und vergewaltige... Oh! Ja, okay. Das war geplant. Vergewaltige sie. Abends bis morgens. Mit meinem Schwanz. Ach genau. Ja. Meine ich doch. Und ähm. Pfff. Fuck. Ähm. Was ist, wenn ich das hier abbau? Puh. Warte. Warte. Ich befreie sie. Hä? So, so ein Zug. Alter, warte. So ein richtiger Zug. Bab aid. ,y Busy,schungen,schungen. Easy,easy,easy. Ich kann sie immer noch vergewaltigen, ist doch super. Okay, hallo ab. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die anderen. Da ist die hartnäckig, man. Moment. Elfen Lied Staffel 8. Ähm, ja gut, habe ich gesagt, dass die N-Wild, ja gut, nee, egal. Du wirst du, ach du bist wieder da, habe ich gehört. Nee, nichts passiert. Hahaha, ist alles okay, Daniel? Ach, die denn. Hahaha, ist ja gut. Ja, bitte, oder? Hahaha, ist ja gut, das ist gut. Ach, das ist ja gut. Ach, das ist ja gut. Ja, bitte, oder? Ja, bitte, oder? Ach, das ist ja gut. Vielen Dank.